Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidukai und du kennst sicherlich die Remote-Pages von Bitwig oder zum Beispiel die Makros bei Ableton. Also die Einstellungen, womit die Standard 8 MIDI-Regler deines Controllers die Parameter eines Plugins steuern können. Nicht nur Bitwig hat da ein paar coole Features, sondern auch der Clab-Plugin-Standard, der Nachfolger des alten VST3-Plugin-Standards. Damit wird der kreative Prozess noch einfacher und noch geschmeidiger. Wenn du mir jetzt noch unter dem Video einen Daumen hoch dalässt und auch noch den Kanal abonnierst, dann fände ich ditte Knorke wahr. Ich sag dir hier nur, weil die Mästen ditte nach dem Anschauen voll mit der Euphorie und Tatendrang leider vergessen. Zwei Klicks sind auch lange nicht so viel Aufwand, als so ein Video zu produzieren. Also lasst mich bitte nicht immer so darum bitten. Vielen lieben Dank. So und jetzt legen wir mal los. Es sind oft die kleinen Dinge, die das Leben einfacher und schöner machen und in einer DRW sind es oft diese Dinge, die tausendfach immer und immer wieder wiederholt werden. Oder mühsames Organisieren und Definieren von irgendwelchen Samples oder Geräten. Dazu gehört auch das Anlegen von Remote Pages oder Makros, mit denen dann per MIDI-Controller mit den acht Standardreglern gewisse Parameter gesteuert werden können. Ich habe zu dem Thema Remote Pages schon diverse Videos produziert. Die Videos dazu sind in der Beschreibung verlinkt. Und damit bin ich schon beim zentralen Thema. Es gibt unterschiedliche, einfachere und komplexere Wege, Remote Pages zu definieren. Und das ist meist eher eine langweilige Sache. In Bitwig haben wir schon recht viel vordefiniert, aber bei externen Plugins wie VST und VST3 müssen wir selbst Hand anlegen. Mit Clap ändert sich das dramatisch, denn die Hersteller können schon direkt vordefinierte Remote Page Definitionen mitliefern, die sogenannten Plugin Pages, sodass nicht alle User auf dieser Welt das Einzeln für sich machen müssen. Sicherlich gibt es hier und da verschiedene Vorlieben, welche Parameter bevorzugt werden, aber sowas wie Oszillatoreinstellungen oder Filtercut-off und Resonanz sind so Standardgeschichten, die eigentlich immer definiert werden. Übrigens, bei Clap gibt es noch wesentlich mehr Features und auch dazu habe ich ein Video produziert. Der Link ist ebenso in der Videobeschreibung. Also kommen mit diesem Feature jetzt noch die Plugin Pages mit dazu. So gibt es in Bitwig mittlerweile vier verschiedene Remote Page Kategorien, nämlich 1. Die Remote Pages für Devices, das sind die Grundeinstellungen, die jedes Mal sofort da sind, wenn ein Plugin geladen wird, unabhängig vom jeweiligen Preset. 2. Die Remote Pages für Presets, diese sind an das aktuelle Preset gebunden und erweitern die Spielmöglichkeit eines Presets. 3. Die Remote Pages für Modulatoren, diese geben direkten Zugriff auf die Einstellungsmöglichkeiten der jeweiligen Modulatoren. 4. Und schließlich viertens die Remote Pages für Clap Plugins, von den Herstellern vordefinierte Controllereinstellungen, mit denen sofort losgelegt werden kann. 5. Einschränken muss ich natürlich noch hinzufügen, dass zum Beispiel die Modulatoren nur bei Bitwig existieren, aber mit dem Zugriff per MIDI-Controller sehr interessante Spielvariationen entstehen. 6. Also auch wenn du kein Bitwig hast bzw. nutzt, aber deine DAW schon den neuen Clap Plugin Standard unterstützt, kannst du auch von diesem Feature profitieren. 7. Wenn nicht, frag einfach mal bei deinem DAW-Hersteller nach, wann die Unterstützung geplant ist. 8. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, macht es doch um so viel mehr Spaß, einfach spontan loslegen zu können. 9. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Mein Name ist Odo Sendai Dukay, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund, rette die Zukunft, mach's gut, bis dann. Ciao, ciao! Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen.